Hallo und herzlich willkommen zum Toggo Spaßtanz! Hier im Phantasialand! Wollen wir einmal abklatschen? Wir sind die Klassen raus! Und einmal die Flügel raus! Geht's euch gut? Ja? Wollen wir einmal so? So! Aber bei uns kommt natürlich nicht nur die Nasserei dran, wir sagen überall Hallo! Und einmal die Flossen raus! So! Bis wir fertig sind, ist der Tag noch bis zu Ende! Und irgendwann hat man keine Luft mehr! Und eine kleine Sporteinlage! Und schon aus einem Hals! Wow! So viele Menschen! Das ist schön, dass ihr alle gekommen seid! Wir haben eine Menge mit euch vor! Aber erstmal würde uns interessieren, wer hatte denn von euch die weiteste Anreise? Wer glaubt, er ist am weitesten unterwegs gewesen? Machen wir es anders! Wer ist denn heute Morgen schon um sechs losgefahren? Wer ist schon gestern los? Keiner? Okay, dann hatten wir beide die weiteste Anreise, wir waren nämlich gestern schon unterwegs! Wer weiß mit uns? Vielleicht kommen sie alle aus Brühl! Was haben wir denn vor, Vanessa? So viel! Ja, so viel! Wir haben ein kunterbuntes Programm für euch dabei! Und natürlich auch eure Stars! Direkt hier im Phantasialand! Die warten schon alle hier hinter der Bühne! Und ja, wen haben wir denn alles dabei? Zum einen eine vierköpfige Band, die singt für euch Bubblegum Pop! Jetzt könnt ihr euch gar nicht so viel darunter vorstellen, aber spätestens wenn die ihren Song singen Dubidam Damm, dann könnt ihr auf jeden Fall mitsingen! Also Dubidam Damm kriegt ja jeder hin, oder? Vanessa, atme einfach mal durch! Das kommt noch von dem Rennen hier! Auf jeden Fall, die Rede ist natürlich von Banneroo! Die vier Herrschaften sind für euch heute! Hier, wer ist denn für Banneroo hier? Jaaa! Einen kleinen Applaus haben die sich schon verdient! Hier ist es gar nicht so kalt! Wir haben das auch schon anders kennengelernt! Aber wir werden euch noch mehr einheizen! Und zwar mit dem Togodance! Da seid ihr alle eingeladen, nachher mit uns einen kleinen Crashkurs zu machen! Den Togodance mal zum Togosong dazuzulernen! Und dann haben wir noch einen jungen Mann dabei! Den kennt wahrscheinlich gar keiner von euch! Wir werden ihn euch aber wärmstens empfehlen und ans Herz legen! Das ist Luca Henny! Wir können doch schon ein paar! Ja, schön! Ein herzlicher Applaus für Luca Henny! Der wird nachher auch hier sein! Freue ich mich auch sehr! Und mal gucken, was uns noch so alles einfällt zwischendurch! Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, habt ihr denn überhaupt Bock auf den Togospaßtag? Jaaa! 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 Es geht aber noch energischer! Habt ihr Bock auf den Togospaßtag? Jaaa! 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 Also sonst sind immer so die Außenflanken ein bisschen träge und kommen nicht aus dem Quark! Heute ist es glaube ich der Mittelblock! Deshalb einfach mal nur die Frage an die Mitte! Die geht hier so bis da! Jaaa! Hat ihr Bock auf den Togospaßtag? Jaaa! 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 Okay! Also ich bin sicher, ihr habt Bock! Das ist schön! Jetzt müssen wir noch ein Experiment machen! Es hat bisher noch nicht wirklich geklappt! Ihr werdet es hinkriegen, ich bin ganz sicher! Wir probieren es! Eine kleine Laola zum Einstimmen, die von hier dieser Seite rüber geht zu eurer Linken! Und ganz wichtig, von da auch wieder zurück! Jaaa! Also einmal hin und her, das ist schon anspruchsvoll! Laola ist gar nicht so kompliziert! Man fängt an mit einem leichten Aufwärmen! Hände nach unten! Hände nach unten! Auch da an den Seiten! Ich sehe alle Hände! Warum höre ich eigentlich kein O? O! Ah! So! Ihr macht mal weiter O! Ich komme dann später zu euch zurück! So! Wenn jemand loslegt, seid ihr auch bereit! Ihr seid dann auch mit einem... Sehr gut! Wo ist das O? Ihr seid natürlich auch mit dabei bei dem O! Wo ist euer O? O! O! Wir sind auch die Mami's mit den Rockies angesprochen, ne? Aus dem O wird gleich, wenn wir aufspringen, ein... Weeeey! Aber so, dass ich euch höre! Ja, nicht so! So, Mann! Ich glaube, es hat jeder verstanden! Also! Jetzt sind alle heiß! Wo ist euer O? O! Von dieser Seite! Darüber! Und zurück! O! Stopp! 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 O! 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 viel Spaß mit Border Room! Boom!